Musik Musik Wir stehen hier im dritten Obergeschoss des Neubaus. Der Frankfurt School. Vor uns liegt das Audi Max direkt angrenzend an die Adikas Allee. Man kann den Footprint des Audi Max Saales schon erkennen. Musik Wir stehen hier an der Westseite des Neubaus und haben auf dieser Seite die Mall vor uns, die sich auf der Länge von 150 Metern hier erstreckt und wo man sehr gut schon die Konturen erkennen kann. Musik Direkt vor uns sind die Aufzugskerne der Mall-Glasaufzüge, die es ermöglicht, die Seminarräume zu erreichen. Musik Wir befinden uns jetzt am Osteingang. Nach Norden hin wird der Haupteingang des Learning Centers sein, der sich über drei Etagen erstreckt. Auf der Südseite ist der Eingang zur Mensa und zum Restaurant. Musik Im Hintergrund sehen Sie die Aufzugsschächte der Glasaufzüge der Mall. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020